Mikrocard-Liewe ist der benutzerfreundlichste Ipch der Welt. Er eröffnet Ihrem Händlerbetrieb völlig neue Dimensionen in Sachen Produktivität und Effizienz, damit Sie Ihren Umsatz und die Kundenzufriedenheit erhöhen können. Schauen wir uns an, wie er funktioniert. Wir führen einfach die drei hier gezeigten einfachen Schritte aus. Wir zeigen Ihnen, wie einfach es ist, ein Fahrzeug exakt zu ermitteln den Grafikindex und die Suchoptionen zu nutzen, um ein Teil zu finden, es der Bestellliste hinzuzufügen und die Bestellung dann zu überprüfen. Zunächst zeige ich Ihnen, wie einfach Sie ein Fahrzeug ermitteln können. Geben Sie einfach die Fahrzeugnummer in dieses Feld ein und klicken Sie dann auf Suchen. Mikrocard-Liewe ermittelt das Fahrzeug und zeigt übereinstimmende Fahrzeugnummer-Informationen an, die direkt vom Hersteller kommen. Das schließt die Hauptmerkmale sowie weitere Informationen ein. Sie können auch die letzten acht Ziffern der Fahrzeugnummer eingeben. Zudem können Sie eine Fahrzeugnummer aus der Suchliste abrufen oder anhand des Modellcodes des Herstellers suchen. Jetzt haben wir das Fahrzeug ermittelt und können nach dem benötigten Teil suchen. Wie Sie sehen, blinkt der Cursor jetzt. Das heißt, Sie können mit der Suche nach Teilen beginnen. Geben Sie einfach das ein, wonach Sie suchen, wählen Sie eine Option aus der Droht-Own-Liste aus und klicken Sie auf das Suchen-Symbol. Sie können aber auch den Grafikindex verwenden. Dazu klicken Sie auf die Abbildungen, bis Sie bei der benötigten Abbildung und den zugehörigen Teilen angekommen sind. In diesem Zusammenhang sei auf die Qualität der hoch erflößenden Abbildungen in Mikrocard-Liewe verwiesen. Mit diesen Symbolen hier können Sie in die Grafik hineinzoomen. Das erleichtert es Ihnen sehr, gleich im ersten Anlauf das richtige Teil auszuwählen. Jetzt müssen Sie das Teil nur noch lokalisieren und dann auf die Angabe klicken. Sie sehen, dass alle Teileinformationen auf der Teile-Datenkarte benutzerfreundlich angezeigt werden. Um das Teil zu Ihrer Bestellung hinzufügen, klicken Sie einfach hier. Wie Sie sehen, ändern sich dann die Farbe, um zu signalisieren, dass es der Bestellung hinzugefügt wurde. Wenn Sie auf diese Weise nach mehreren Teile-Codes suchen, klicken Sie anschließend einfach auf das Kontrollkästchen, um alle gefundenen Teile zu bestellen. Dadurch werden alle Teile direkt in die Bestellliste übernommen. Gut. Sie haben gesehen, wie einfach es ist, Teile zu finden und sie der Bestellliste hinzuzufügen. Wenn Sie hier klicken, können Sie sich die Bestellung anschauen. Auf einen Blick können Sie die Fahrzeugangaben, die Teilebeschreibung, die Teilenummer, die Bestellmenge und den Preis sehen. Von hier können Sie Ihre Bestellung per E-Mail senden. Ausdrucken Und speichern Oder direkt in Ihr DMS übertragen Ein Alleinstellungsmerkmal von MikroCard Liebe ist, dass es sich ohne großen Aufwand so konfigurieren lässt, dass Teileangaben in alle größeren DMS übertragen werden. Diese Funktion spart Ihnen enorm viel Zeit. Sie haben gesehen, wie einfach es ist, ein Fahrzeug zu ermitteln, die Teile auszuwählen und die Bestellung zu überprüfen. Sie können jederzeit eine neue Bestellung starten, indem Sie zur Registerkarte Fahrzeug identifizieren, zurückkehren. Wenn Sie noch an einer Bestellung arbeiten, klicken Sie einfach auf Neue Sitzung, um mit einer neuen Bestellung zu beginnen. Gut. Sie haben gesehen, wie MikroCard Liebe es Ihnen einfach macht, Teile zu finden, zu bestellen und gewinnbringend zu verkaufen. Es ist schnell, präzise und steckt voller leistungsfähiger Funktionen, die die Betriebskosten senken und den Teileabsatz ankurbeln.